3G, 3G, 3G. Geimpft, genesen, getestet. Seit Monaten spricht man in Deutschland darüber. Es wird immer mehr verschärft. Inzwischen ist die Rede von 2G, sogar von 1G. Man kann lange, lange die Liste all der Einrichtungen aufzählen, für die man das inzwischen benötigt. Und darum, fand ich, liegt es noch nahe, einmal nachzufragen, ob die Regierung, die all das durchsetzt, selber auch für sich, für ihre Sitzungen, die 3G-Regel einhält. Schauen Sie sich meine Frage an. Herr Reitschuster fragt digital an Sie, Herr Seibert, ob für die Sitzungen des Bundeskabinetts eine 3G-Regel oder eine vergleichbare Regel gilt. Die Sitzungen des Bundeskabinetts finden nun schon seit langer Zeit in dieser Pandemie unter ganz besonderen Voraussetzungen und Regeln statt, was den Ort betrifft. Sie wissen, dass wir heute im Bundeskabinett woanders tagen, als das vor der Pandemie der Fall war, in einem eigens dafür besonders geeigneten Raum im Bundeskanzleramt, auch vom Bezirksamt Mitte, sozusagen auch für diesen Zweck abgenommen. Es findet mit Abstandsregelungen statt. Es findet unter Verwendung von Masken statt. Und das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann. Ja, wenn das alles ist, was Herr Seibert dazu sagen kann, dann klingt das für mich wie eine Antwortverweigerung, denn man könnte ja auf diese Frage klipp und klar mit Ja antworten die 3G-Regeln gelten oder mit Nein, sie gelten nicht. Für mich klingt das wie ein Ausweichmanöver und damit klingt es so, als ob die 3G-Regeln eben nicht gelten im Kabinett. Und wenn dem so wäre, dann wäre das schon ein starkes Stück von den anderen einfordern, aber selber nicht dran halten. Wie gesagt, ich weiß es nicht, aber dass es keine klare Antwort gibt, das finde ich sehr verdächtig. Weiter ging es mit dem Thema psychologische Folgen der Corona-Maßnahmen für Kinder und Jugendliche. Ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, das ich früher immer wieder in der Bundespressekonferenz ansprach. Und heute hat der Herr Seibert in seinem Eingangsstatement berichtet, dass es Thema im Kabinett war. Ich werde den Wortlaut als Backstage nach dem Ende dieses Videos hier bringen. Und ich wollte dann doch nochmal, wenn mir das alles nicht konkret genug war, konkrete Zahlen hören. Hören Sie sich die Szene an. Ich nehme noch eine zweite Frage, auch zu den Kabinettsthemen von Herrn Reitschuster dazu. Auf Fragen nach der Entwicklung der Zahl von psychischen Krankheiten bei Kindern und Jugendlichen hatte die Bundesregierung früher an dieser Stelle geantwortet, sie müsse Abrechnungsdaten abwarten. Gibt es diese inzwischen und wie ist die Entwicklung? Das wäre eine Frage an entweder das Gesundheits- oder das Familienministerium. Ich kann gerne was dazu sagen. Also, dass Kinder und Jugendliche in dieser Pandemie besonders belastet worden sind, das steht außer Frage. Es gibt auch Studien und Befragungen, die das nachweisen. Darauf haben wir vermehrt hier hingewiesen. Und insofern, ja, das ist aus unserer Sicht völlig, steht völlig außer Frage. Und jetzt passiert hier gleich noch etwas, was ich so nicht erwartet habe, weil ich es noch nicht erlebt habe. Und was ich auch einmal ausdrücklich ganz, ganz lobend erwähnen muss, weil ich ja immer sehr schnell mit Kritik bei der Hand bin. Aber hier setzt die Vorsitzende nach und sie hackt nach, was ich ja online nicht machen kann. Vielen Dank. Vorbildlich finde ich das. Und können Sie zu den Abrechnungsdaten etwas? Genau, also das ist ja sozusagen, wäre nochmal ein weiteres Instrument, mit dem man nachschauen könnte, wie viele Kinder und Jugendliche beispielsweise tatsächlich in psychotherapeutischer Behandlung gewesen sind und sind und das auch abgerechnet wurde. Ob die schon für den Zeitraum der Pandemie vorliegen, weiß ich nicht, müsste ich nachfragen. Das hat immer schon eine ganz schöne Zeitverzögerung, bis die Abrechnungsdaten da sind. Das war die explizite Frage. Und nochmal ein Verweis darauf, was die explizite Frage war von der Vorsitzenden. Danke. Die Antwort ist wieder nicht da und wir haben ja jetzt anderthalb Jahre Pandemie. Also irgendwelche Abrechnungsdaten könnte man schon erwarten. Und es geht ja noch weiter. Kritiker auch aus dem Feld der Psychologen sagen ja, das Schlimme ist, wir haben heute eine Situation, wo gar nicht mehr alle behandelt werden können. Und die Abrechnungsdaten, die erfassen ja nur diejenigen, die überhaupt behandelt werden und nicht diejenigen, die nicht behandelt werden können. Bei meinem dritten Thema hatte ich auch nicht mehr Glück. Da gab es auch wieder keine Antwort. Da ging es um etwas, was ich schon vor einer Woche gefragt habe im Online-Tool und was aber nicht vorgelesen wurde. Heute wurde es von der Vorsitzenden vorgelesen. Also hier nochmal, wie gesagt, weil ich sonst oft und gerne kritisiere, Hut ab, prima Vorsitz heute von der Kollegin Wolf. Und sie hat diese Frage vorgelesen. Es ging um die Sperrungen auf YouTube, die in meinen Augen ein BGH-Urteil widersprechen, weil das vorschreibt, dass YouTube die Nutzer warnen muss vorher. Und YouTube tut das nicht. Ich wurde jetzt innerhalb von zehn Tagen zum zweiten Mal gesperrt. Willkürlich und Hanebüchen in meinen Augen. Schauen Sie sich hier den Wortwechsel an. Dann komme ich zu der Frage von Herrn Reitschuster an das Justizministerium und Sie, Herr Seibert. Facebook ignoriert eine Entscheidung des BGH und sperrt weiter Nutzer ohne Vorab-Info. Was gedenkt die Bundesregierung zu tun, damit sich auch US-Internet-Giganten an deutsche Rechtsprechung halten? Ich glaube, da kann ich im Moment aktuell nicht zu beitragen. Wenn ich da aber was zu weiß, kann ich das gerne gegebenenfalls nachtragen. Ja, da müsste ich mich auch über den aktuellen Stand erst kundig machen und dann werden wir gegebenenfalls dazu antworten. Beim Justizministerium jetzt zum wiederholten Mal auf Fragen von mir die Antwort, dass man sie nicht beantworten könne. Also sehr befriedigend ist das nicht. Es gab dann heute in der Bundespressekonferenz heftige Wortgeplänkel zwischen der Vorsitzenden und dem Kollegen Jung. Auch Kommentatoren bei mir schreiben das gelegentlich. Sie sagen subjektiv, haben sie den Eindruck, dass der Herr Jung die halbe Bundespressekonferenz bestreitet. Vor allem gemeinsam mit seinem nicht offiziellen, aber informellen Mitarbeitern Hans Jessen, der ja auch für sein Jung und Naiv arbeitet. Und das liegt am Reklement, denn es ist tatsächlich so, wenn man sich zu jedem Thema meldet oder zu sehr vielen Themen meldet, dann kommt man eben sehr oft dran. Während wenn man sich auf seine Kernthemen beschränkt, wie ich das versuche, dann ist man eben nicht so oft dran. Das ist etwas problematisch im Reklement. Jetzt hier kurz die Wortgeplänkel. Gut, dann kommen wir jetzt einmal zum Thema Mali. Und ich bin bei Herrn Jolk, der sich schon zu Beginn der PK gemeldet hat. Herr Jung, da brauchen Sie sich jetzt nicht weiter beschweren. Vielleicht kann das Verteidigungsministerium auch da bleiben jetzt im Moment. Ich würde das BMVG einmal nach vorne bitten. Es geht um das Thema Indo-Pazifik und Freie-Afrika-Weil. Herr Jung, ich würde ganz gerne jetzt mal thematisch weitermachen, weil sich ganz viele Kollegen... Genau, ich diskutiere jetzt nicht über jede einzelne Meldung. Es haben sich ganz viele Kollegen zu Wort gemeldet und kamen noch kein einziges Mal zu Wort. Deswegen machen wir jetzt einmal mit der Frage von dem Kollegen Tuchel weiter. Herr Jung, Ihnen sei gesagt, ich habe Ihre Hand gesehen. Ich habe Sie auch wieder mit auf die Liste genommen. Trotzdem sind viele Meldungen noch offen, die noch nicht zu Wort kamen. Ich bin jetzt bei Frau Romanjett. Genau, Sie kamen schon zu Wort und viele Kollegen haben sich sehr, sehr lang gewartet. Deswegen habe ich Sie noch einmal auf die Liste genommen. Frau Romanjett, bitte. Okay, dann Herr Jung. Erstmal Hinweis an die Moderation, weil Sie an die Reihenfolge immer wieder erinnern. Ich hatte mich beim Thema Ortskräfte gemeldet. Andere Kollegen, die sich danach gemeldet haben, haben Sie registriert, abgearbeitet. Meine haben Sie nicht angenommen und Sie haben das ignoriert, explizit ignoriert, Frau Vorsitzende. Das möchte ich hier anmelden. Herr Seibert, sorry. Was ist denn das heute, dass permanent Frau Seibert gefragt wird? Ich bin etwas verwundert. Vielleicht die rote Krawatte. Genau, nachdem Sie jetzt eben einen Vorwurf erhoben haben, möchte ich nur sagen, den weise ich zurück. Es ist im Sinne der Fairness, dass Kollegen, die schon mehr als eine Dreiviertelstunde gewartet haben, dann auch mal zu Wort kamen. Und Sie hatten jetzt die Möglichkeit, Ihre Frage zu stellen. Ich rufe noch einmal ein neues Thema auf von Herrn Reitschuster, der an das Justizministerium bzw. auch an Sie, Herr Seibert, fragt. Ich bin ja hier nur Gast, aber vielleicht können wir uns ein bisschen um einen freundlichen Ton miteinander bemühen. Und dann hilft es, glaube ich, dem gemeinsamen Sinn und Zweck des ISA-Hier-Seins. Ihm würde ich an dieser Stelle zustimmen. Gut, also. Ja, und dann werde ich inzwischen immer als derjenige bezeichnet, der das Afford-Terribel der Bundespressekonferenz sei und der die Bundespressekonferenz sprenge oder besetzt habe. Weil ich immer noch finde, mit kritischen Fragen hier aufzufallen, das ist journalistisch. Ja, mehr sage ich dazu jetzt lieber nicht, sonst werde ich noch unsachlich. Und Unsachlichkeit soll ja künftig ausgeschlossen werden. Faktisch, wenn die Satzungsänderung in der Bundespressekonferenz durchgeht. Es ist sonst noch wichtig zu berichten von der heutigen Bundespressekonferenz. Es ging zum einen um allgemeine Verwaltungsvorschriften zur Beschaffung klimafreundlicher Leistungen. Und in den Fragen stellte sich dann heraus, dass zum Beispiel Heizpilze jetzt nicht mehr beschafft werden dürften und dass es einen CO2-Schattenpreis geben soll. All das können Sie in völliger Ausführlichkeit verfolgen in der Gesamtübertragung der Bundespressekonferenz, die auf dem Unterstützerkanal reitschusterlehrzeichen.de zu finden ist. Es ging dann auch wieder sehr ausführlich, ich denke Sie ahnen es schon, um das Thema Afghanistan und afghanische Ortskräfte, das ja nun schon seit Wochen, wenn nicht seit Monaten fast schon beherrschend ist auf der Bundespressekonferenz. Unter anderem ging es dann darum, wo die Sicherheitsüberprüfungen gemacht werden. Dann sagte Dr. Weder vom Innenministerium, die Sicherheitsprüfung erfolgt in Deutschland. Später korrigierte er sich dahingehend, dass das missverständlich gewesen ist, weil sie zwar in Deutschland erfolgt, aber während die Leute noch dort sind. Es ging dann wieder um Rammstein, um vieles, vieles andere mehr. Aber das alles empfehle ich Ihnen anzusehen in der Gesamtsendung der Bundespressekonferenz. Auch um die Fregatte Bayern ging es wieder, um einen Besuch in einem chinesischen Hafen und um viele andere Themen. Wie gesagt, schauen Sie sich das in der Gesamtzusammenfassung an, in der Gesamtsendung. Entschuldigung, das war es für meinen Teil heute. Vielen Dank, dass Sie wieder dabei waren. Schauen Sie wieder rein. Abonnieren Sie den Kanal. Lassen Sie ein Like da. Machen Sie einen Kommentar, damit Sie das Mogeln, das ich vermute bei YouTube, bei den Algorithmen, etwas hintergehen und den Manipulateuren hier einen Strich durch die Rechnung machen. Vielen Dank, alles Gute. Ciao. Nächste Frage hat der Reitschuster. Ja, und wie versprochen, statt eines Backstages heute wieder etwas Inhaltliches. Die Aussagen von Herrn Seibert zu Kinder- und Jugendlichen und psychiatrischen, psychologischen Problemen, von denen was dazu im Kabinett gesagt wurde. Alles Gute. Danke. Ciao. Und dann haben die Bundesfamilienministerin Frau Lambrecht und der Gesundheitsminister Herr Spahn dem Kabinett über die gesundheitlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinder und Jugendliche berichtet. Es hat ja da, das wissen Sie, eine interministerielle Arbeitsgruppe gegeben unter gemeinsamer Federführung dieser beiden Ministerien, die zusammen mit zahlreichen Experten und Expertinnen über 20 Handlungsempfehlungen erarbeitet hat. Die sollen die künftige Belastung für Kinder und Jugendliche möglichst vermeiden oder bestehende Belastungen abbauen. Ich will einige der Kernforderungen vielleicht erwähnen. Vielleicht sollte ich vorher noch mal sagen, aber ich denke, das wissen Sie alle. Die Pandemie, die zeitweilige Schließung von Bildungseinrichtungen, die Einschränkungen von Freizeitangeboten, das alles hat natürlich gerade auf das Leben von jungen Menschen Auswirkungen gehabt. Mangelnde soziale Interaktion, mangelnde soziale Nähe mit Gleichaltrigen, in vielen Fällen übermäßiger Medienkonsum, Bewegungsmangel, Fehlernährung, das alles sind während der Pandemie Risiken für die gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen gewesen. Und darauf, wie gesagt, reagieren diese Kernforderungen der interministeriellen Arbeitsgruppe, oberste Priorität, flächendeckende Schließungen von Bildungs- und Betreuungseinrichtungen zu vermeiden, aber ohne dabei die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen zu gefährden. Sport- und Bewegungsangebote sollen angeboten werden, auch unter Pandemiebedingungen, wo das notwendig ist. Es sollen präventive Angebote der Gesundheitsförderung Kindern und Jugendlichen verstärkt zugänglich gemacht werden. Das Ziel ist, dass die Länder und Kommunen gemeinsam mit den Krankenkassen und mit anderen örtlichen Trägern die Wiederbelebung und den Ausbau der Angebote für Kinder und Jugendliche vorantreiben und das dabei eben ein Schwerpunkt auf die Vermeidung oder die Bekämpfung pandemieassoziierter Risiken gelegt wird. Also Bewegungsmangel, Fehlernährung, auch Stresssymptome bei Kindern und Jugendlichen. Und doch noch eine letzte Bemerkung für mich, wieder erschütternd, dass dieses Thema, wo es wirklich um Leid und Elend vor der Haustür geht, um ganz, ganz viele Kinder und Jugendliche in unserem eigenen Land, dass es dazu kaum Nachfragen gab, dass der Eindruck war, das interessiert kaum dafür, aber wieder ganz viele zum wiederholten, wiederholten, wiederholten Male zum Thema Afghanistan und afghanische Ortskräfte. Wenn man nun böse wäre, könnte man sagen, man hat den Eindruck, dass die afghanischen Ortskräfte viele sehr viel mehr interessieren und am Herzen liegen als Jugendliche und Kinder hier in Deutschland. Aber das wäre eine böse Unterstellung, die würde ich auch nie machen und es wäre auch unsachlich und das ist ja inzwischen nicht mehr statthaft. Was früher durchaus der Fall war, zum Journalismus gehörte immer auch Polemik als Einstilmittel. Aber jetzt ist wirklich Schluss, alles Gute, danke, ciao.